Guten Tag, mein Name ist Andrea Nuñez, ich wohne in Mexiko und ich bin deutscher Abstammung. Ich erzähle euch jetzt ein wenig über meine Erfahrung mit Memon. Im Jahr 2010 hat meine Oma den Harmonisierer einbauen lassen. Meinem Großvater ging es damals nicht so gut und am nächsten Tag ging es ihm viel besser. Sie hat ihm nichts gesagt, weil er eigentlich sehr skeptisch ist, aber es ging ihm ab dann sehr gut. Und später im Jahr 2016 hat meine Mutter ihn einbauen lassen, den Harmonisierer, weil sie sehr viel am Computer arbeitet. Und sie hatte auch ein paar Schmerzen, konnte nicht richtig schlafen, dann hat sie das gemacht und seitdem geht es ihr auch sehr gut. 2017 ging es uns zu Hause nicht so gut, also wir hatten eine sehr komplizierte Situation. Die Kinder waren sehr gereizt, waren oft schlecht gelaunt. Und dann habe ich mir das überlegt, meine Mutter hat mir empfohlen, Memon einbauen zu lassen. Ich war mir nicht so sicher, aber ich habe es dann machen lassen. Und ich muss sagen, dass es wirklich einen großen Unterschied gemacht hat. Vor allem, die Luft war früher hier im Haus sehr schwer und es gab immer einen muffigen Geruch. Also man kam rein und es war eigentlich nicht sehr angenehm. Und am nächsten Morgen, nachdem der Harmonisierer eingebaut wurde, war alles anders. Also ich kann nicht genau sagen, was oder wie, aber die Luft war klar. Es gab nicht mehr diese schwere Atmosphäre. Also es war sehr angenehm. Die Farben sahen sogar klarer aus. Das fand ich ganz toll. Und also ich bin sehr glücklich damit. Es geht uns im Allgemeinen besser und ich empfehle Memon wirklich sehr. Vielen Dank, Andrea. Ja, bitteschön. Wir sind nicht mehr. Ja, bitteschön. Vielen Dank.